Haben Sie auch schon mal gehört, dass Blödheit brummen kann? Noch nie? Nun, es brummt nicht wirklich, aber es könnte. Denn was diese dumme Göre von den Grünen hier medienwirksam von sich gibt, das ist einfach eine bodenlose Unverschämtheit. Es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele weiße Bürgis bei Fridays for Future rumlaufen, so viele weiße Bürgis bei Fridays for Future rumlaufen, Was glaubt das Kind, wer es ist? Warum möchte die Kleine einen Rassismus gegen weiße Menschen einführen? Wie dem auch sei, mit den Grünen können wir uns warm anziehen. Und auch die Scheinheiligkeit beherrschen die jungen Grünen schon perfekt. Ich möchte gemeinsam mit euch dafür sorgen, dass diesen Ungerechtigkeiten, die politisch gemacht sind, ein Ende gesetzt wird und dass wir unsere Vision von einer gerechten Zukunft auf die Straße tragen können. Ich bin Sarah, 20 Jahre jung, und möchte dafür eure Bundessprecherin werden. Ich bitte um eure Stimme und euer Vertrauen. Vielen Dank! Wir freuen uns als weiße, alte Menschen auf eine Zukunft, in der beinahe braune Kinder sich als nicht mehr der ekligen Mehrheit zugehörig fühlen und die gemeinsam die Gerechtigkeit eines ganz neuen Rassismus auf die Straße tragen werden. Herzlichen Glückwunsch Deutschland! Und vielen Dank auch an die Grünen! Ihr seid echt das Letzte! Ihr seid echt das Letzte! Ich bin wieder... Ich bin wieder... Ich bin wieder… Ich bin wieder... Vielen Dank.